Willkommen zurück zu QRISIS! Beim letzten Mal sind wir hier durch den Wald gestampft. Haben hier ein paar Typen umgemoxt. Und ja, wir müssen jetzt irgendwo hin. Ich weiß noch nicht, wohin. Im Prinzip, irgendwo auf der Kabel ist schon wieder entdeckt. Von irgendwem, irgendwo. Irgendwo wird doch mitgeschossen, da! Ich habe am anderen Fluss uferfeindliche Einheiten ausgemacht. Seid sie vorsichtig! Wo ist hier denn einer? Ich sehe ihn nicht. Ach, da hinten ist ein Sniper! Moment! Ich kriege ihn! Vielleicht... Alter, du bist ein Arsch! Verrecke! Ich treffe ihn nicht! Oh, und da wackelt so! Moment! Ich muss hier auf Stärke gehen, damit er nicht so wackelt. Oder fast! Ist er jetzt da? Ja, der sieht ziemlich tot aus! Sehr schön! Okay! Kaum beginnt das Let's Play und schon werde ich hier weggesnipert. Das finde ich nicht nett. Nee, nee, und wir haben kaum noch Muni. Ach ja, ich erinnere mich. Ich habe ja dann jede Waffe aufgesammelt, die ich da finden konnte. Aber so weitergebracht hat mich das auch nicht. Okay. Lassen wir mal, dass wir gleich auf Feindler treffen, wo wir ein bisschen Muni einsammeln können. Sonst sieht das hier ziemlich schnell zappen Lust aus. Aha! Hier sind irgendwo Gegner! Da! Ja! Wow! Die schießen aber ganz schön! Ja, schießt mal gegen den Baum! Genau! Auch welche? Der ist schon mal tot. Was kann ich denn hier sehen? Du, hier haben wir jetzt sterben, als ich treffen würde. So, 10 Schuss habe ich noch. Damit komme ich nicht weit. Nee, nee. Ja, shit. Ich gehe auch noch aus dem Visier raus hier. Jetzt kommen sie hier von allen Seiten. Ja, super. Ganz toll. Ganz große Klasse. Der ist down. Hoffe ich. Oder er ist einfach nur ein bisschen umgefallen. Kann natürlich auch sein. So, und ich brauche jetzt eine andere Waffe. Ich muss jetzt hier mit Pistolen kämpfen. Ah! Geh weg! Alter, sind das viele! Sind das viele! Lauf schneller! Rückzug! Rückzug! So, dann legen wir uns mal hier hin. Und setzen wir hier mal ein Visier auf oder sowas. Dieser Visier? Ja, nicht. So. Wo sind sie denn? Ich kann mit den Dingern auch nicht dran zoomen. Also schlecht. Ach, da ist auch noch einer. Hallo, hallo, hallo! Nicht gut, gar nicht gut. Nee, jetzt grad mal nicht. Jetzt grad ist schlecht. Alter, verrecke, genau. Du auf! Stirb! Geht doch. Was hast du für ne Waffe dabei? Ich hoffe, ne gute. Ja, du hast schon die Muni, die ich brauche. Hallo, Opfer! Das nächste Opfer, bitte. Ah, wow, wow, wow! So viele Opfer? Das ist viel zu viel. Und kaum noch Energie und kaum Leben. Na los! Stirb! Ah, gut. Granate? Ah, Granate! Ohne Deckung hier. Schlecht. Ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. Ah, da stehen sie. Okay. Schon wieder Granate. Hey, verrecke! Geh weg! Ich mach euch hier fertig mit meinen zwei Pistolen, solange ich Muni hab. Danach ist schlecht. Shit. Geh weg hier. Das ist mein Baum. Niemand darf meinen Baum haben. Aua. So, verrecke. Er ist tot. Okay. Nachladen. Da bewegt sich ein Kopf. Stirb du doch, ey. Nicht immer ich hier. Da. Geh weg, 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 weg. So, und jetzt die ganze Muni aussammeln, weil die ganze Zeit mit Pistolen hier rumrennen. Das ist nicht gut für die Gesundheit auf Dauer. Nee, nee. Schrotflinte wollen wir nicht. Weil mit sowas kann ich eigentlich nicht so gut umgehen. Ich mein, für den Notfall hilft auch das. Ups, das wollte ich nicht. Sorry. Ich wollte nur die Muni. So, schon mal 149 Schuss. Aber hier werden wir bestimmt noch ein paar Leichen, oder nicht? Dich hab ich gelotet. Dich hab ich gelotet. Da liegt die Schrotflinte. Hm. Gut, drück ich so ein bisschen vor. Dann guck ich mal, ob hier noch irgendwo was liegen geblieben ist. Ich war doch auch hier in Deckung, oder? Da täusche ich mich da. Hm. Jedenfalls die ganzen Waffen sind weg. Moment, da liegt was, da liegt was, da liegt was. Money! Money! Yeah! Bam! So, ich muss hier mal gucken, wo ich langen muss. Ist kein Gegner, okay. Gibt da was? Gibt da was? Ein Stock! Yay! Ein Schluck. Äh, Stock, nicht Schluck. Hm. Hm. Mal sehen, wie kann ich denn jetzt mit dem Stock verkrüppeln hier? Ich höre einen Wasserfall. Ist ja wahrscheinlich ein kleiner Wasserfall. Hoi! Dann halt, Moment. Moment. Stärke. Und hoi! So. Okay, und jetzt weiter im Text. Ja, im Kleinen. Okay, muss ich da denn noch rüber? Ja. Ja. Ähm. Ich versuche es einfach mal da jetzt rüber zu gehen. So in etwa. Warten, bis ich Energie habe. Und hepp! Ja. Oh, scheiße, Neunzug. Und hepp! Yay! Okay, nochmal. Hepp! Yay! Maximale Panzerung. Und jetzt weiter. Immer noch Richtung grüner Punkt. Damit meine ich nicht hier diese Abfallentsorgung, wo immer über einen grünen Punkt drauf ist. Nein. Meine grünen Punkt drauf ist. Und da haben wir einen blauen Pfeil auf der... Dings. Was soll uns der denn beweisen? Dass das ein Freund ist? Ich weiß es nicht. Schon wieder ein paar Tage her, dass ich das gespielt habe. Sieht aber nach unserem Käpt'n aus. Hallo. Na, auch hier. Die Straße zu den Ausgrabungen führt durch diese Höhlen. Brechen wir auf. Danke. Ja. Die Kaiser war von der CIA. Sie wussten das, oder? Ich hätte es ihnen schon früher gesagt, wenn es was geändert hätte. Die CIA überwacht Rosenthal schon seit Jahren. Was will die CIA mit einem Archologen? Sein Team hat den Beweis für eine fortschrittliche, prähumane Technologie gefunden. Wir müssen rausfinden, was sie... Da kommst du jetzt mit? Und warum es die Koreaner verstecken wollen. Alter. Jetzt komm. Du sollst vorgehen hier. Na los. Ja, laus. Lauf vor. Lauf. 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 Na gut, dann laufe ich halt da durch. Die sollen ja hier durch, damit wir zur Straße der... Gute ins kommt. Oh. Schmerzer Bildschirm. Die Daten werden geladen. Natürlich. Was denn noch sonst? Okay. Ja, ein bisschen schneller bitte. Heute nur. Hmm. Bilibili Hütter. Zum Fortwahren drücken. Gemacht. Ich hab auch keine Bilibili Hütter. Wir haben ein Problem, Nomad. Ich kriege immer noch keine Verbindung zu JSOG. Es muss noch einen Störsender geben. Schalten Sie das verdammte Ding ab. Bis dahin sind wir auf uns gestellt. Der markierte Bereich der Karte ist etwa drei Klicks entfernt in diesem Tal. Je schneller wir von hier verschwinden, desto besser. Das sehe ich auch so. Oh oh. Okay, das war's von Schiff. Ein Grab. Das hier. Ah, und der Störsender macht da nicht kommen, was er auf der Karte sehen kann. Der Teufel ist hauten los. Prophet wird vermisst. Ich wiederhole. Prophet wird vermisst. Wir haben zwei Mann verloren und irgendwas hat sich Prophet geschnappt. Es hat ihn in den verdammten Dschungel gezogen. Er ist weg. Wir holen sie da raus. Bleiben sie, wo sie sind. Ich lasse sie schnellstmöglich abholen. Negativ, Sir. Ich kann es immer noch schaffen. Ich weiß, wo Rosendahl ist. Er wird auf einer Ausgrabungsstätte in der Nähe einer Militärbasis der Koreaner festgehalten. Ich hol ihn da. Das ist keine Militärbasis. Aber unser GPS ist gestört. Sie rissen ohne taktische Unterstützung. Auskommen. Wenn Sie den Störsender deaktivieren, mache ich einen Satellitenscan dagegen. Vielleicht kann ich die Ausgrabungsstätte so lokalisieren. Verstanden, Major. Tausend Dank. So, jetzt hier den Kohl. Den nehme ich nicht mit. Wer macht denn schon Kohl? Na gut, ich mag Kohl, aber nicht jetzt. Ich werde das Auto so ein bisschen die Räder wegmachen. Ich weiß, ob die hier mit dem Auto rumfahren wollen. Hey, was macht der denn? So. So, gehen wir hier mal in das Haus rein. Hallo. Ob das gerade richtiges Haus ist. So. Gucken wir mal. So, das hier. Ja, sehr schön. Sicher ist sicher. Ja, weißte. Wow. Okay. Na gut, vielleicht hätte ich das Auto auch gebrauchen können, ne? Aber jetzt ist es eh zu spät. Ach ja, vielleicht sollte ich auch die Leute looten. Nicht mit einer Schrotflinte. Aber hier drüben stimmt auch einer. Wo stand der denn? Da. Waffe mitnehmen. So. Gehen wir hier mal weiter. Ist natürlich schlau, dass wir hier auf der Straße laufen. Irgendwie kommen wir hier bestimmt schon zum Ziel. Wow. Hallo. So. Ja, ja. Bleib mal ruhig hier. Muss erst mal looten. Waffe mitnehmen. Waffe. Meins. Weiter. Hallo. Wow. Wow. Der hat nur eine Schrotflinte. Den brauche ich nicht. Und hier irgendwo ist der Störsender. Okay. Also ein Hühnchen. Das wollen wir nicht erschießen. So. Sollen wir hier drin warten, dass die anderen kommen? Jetzt wirft er hier eine Granate rein. Bist du, Deppert? Stuhl. Wenn du Granate sagen kannst, dann mache ich auch Stuhl, ey. So. Sicher. Wow. Hallo, 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 hallo. Ja, shit. Ich wollte dich auf den Knister schießen. Ja. Ja. Sehr schön. Und? Ja. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich siehste ihn. Hallo. 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 Und hallo. Ich wollte ihn mir jetzt so schlagen. Oh, ist das so lahm. Nein. Nein, 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 nein. Rückzug, Rückzug. Ganz schlechte Idee. Mitnehmen. So, und hier wieder rein. So, kommt hier jetzt jemand? Hallo? Geht jetzt hier wieder hier. Okay, hallo. So, mitnehmen. So, mitnehmen. Alter, bleib mal ruhig hier. Mitnehmen, Pistolen-Money auch mitnehmen. So. Mitnehmen, Pistolen-Money mitnehmen. Passt. So, mal kurz hier gucken, was hier so rumliegt. Außer Bananenkisten. Wieso haben die hier Bananenkisten? Bananenkiste. Bäm. Ja, Bananenbonbon und so, ne? So, aber ich hab nur Schrot. Ah, bleibst du wohl tot, ey? Meine Güte. Okay. Alter, wo, 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 wo? Da. So. Wow, Granate, Granate, Granate. Wow. So, jetzt schalten wir erstmal das Ding hier aus. Ups, nicht so. Am besten ist, man nimmt dazu eine Tastatur aufzuschalten. Und einen Knopf. Na, wie kann ich denn hier das Störsignal ausschalten? Mhm. Vielen Dank.